Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge sprechen wir über die USA SEC, also die Börsenkommission in den USA und dann sprechen wir noch über den Bitmain IPO. Wie ihr wisst, Bitmain will an die Börse. Was bedeutet das für uns? Springen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es um die US SEC und zwar geht es um die Entscheidung der Börsenkommission am Donnerstag. Wie ihr wisst, ursprünglich war die Entscheidung, glaube ich, auf den 10. August gesetzt, wurde dann verschoben. Der Preis ging, ich glaube, etwa eine Woche vor dem 10. August relativ stark in die Höhe. Viele Leute haben darauf gewettet, das Datum wurde verschoben und der Preis ist wieder zurück, wie er vorher war. Jetzt heißt es, am 23. August wird die Börsenaufsicht bzw. Börsenkommission sich entscheiden, in welche Richtung das Ganze geht. Wir wissen es nicht. Für die Leute, die noch nicht wissen, um was es genau hier geht, ganz einfach, viele Leute, Investoren wie du und ich, warten eigentlich darauf, dass institutionelle Investoren großflächig, sage ich mal, in Bitcoin investieren. Jetzt mit einem ETF-Produkt, das heißt mit einem Art Fonds, welcher indirekt quasi, mit welchem du indirekt in Bitcoin investieren kannst, werden vielleicht nicht institutionelle Investoren angelockt, aber gleichzeitig eher, ich sage mal, traditionellere, konservativere Investoren, die sagen, ja, Bitcoin finde ich cool, möchte ich aber nicht anfassen. Eher durch ein ETF-Produkt, durch ein Fonds, bei welchem meine Bank mir eine gewisse Garantie gibt. Nun gibt es eine Firma, die nennt sich ProShares, die ist eine Teilgruppe der großbritannischen Firma ProFunds Group. Und die, also ich sage mal, die gesamte Gruppe hat etwa 300, nein, falsch, Entschuldigung, 30 Milliarden US-Dollar unter Management, das heißt, die geben unterschiedliche Finanzprodukte auf den Markt, verkaufen die und machen dementsprechend auch Geld. Die sind jetzt mit ProShares daran interessiert, einen Bitcoin-ETF zu lancieren und der steht eben am Donnerstag zur Debatte vor der Börsenaufsicht. Die Börsenaufsicht bzw. Börsenkommission ist natürlich ein bisschen zögernd da, es wird ein bisschen angeschaut, okay, was hat das für mögliche Risiken, die ganze ICO-Geschichte hat so ein bisschen bitteren Nachgeschmack hinterlassen bei den Investoren wie auch der SEC. Von daher ist jetzt natürlich die Diskussion, wer macht den ersten Schritt, wird es ProShares schaffen oder vielleicht die Winkelvors Twins, wie ihr wisst, sind auch sehr interessiert an einem ETF. Ihre, ich sage mal, Anfrage an die Börsenkommission wurde das letzte Mal abgelehnt und wurde aufgeschoben auf den 30. September. Das heißt, am 30. September gibt es eine weitere Diskussion über dieses Thema, aber in Kombination mit den Winkelvors Twins, mit den Winkelvors Zwillingen. Wie die Entscheidung genau ausfallen wird, ist noch unklar, ich hoffe auf jeden Fall auf eine Entscheidung, ich glaube, auch wenn sie negativ ausfällt, werde ich vermuten, dass die wahrscheinlich einfach ein nächstes Mal einfach versuchen werden. Ich glaube nicht, dass man dann sagt, okay, ich gebe mich geschlagen, das war es nun. Nein, ich glaube, es geht noch ein bisschen weiter. Von daher denke ich, dass eine Entscheidung, egal ob positiv oder negativ, jetzt mal wichtig ist. Ich würde natürlich auch auf eine positive Nachricht hoffen, weil es eben, ich sage mal, den Weg ebnet für mehrere ETFs, also quasi Fonds, die man an der Börse traden kann. Bei diesem ProShares Fonds geht es an die CBOE und die CME, bei welcher man das Ganze dann traden kann. Wie gesagt, auch wenn es nicht dieses Killer-Produkt ist, ist es eben ein Produkt, das den Weg ebnen könnte. Als nächstes eine New Story haben wir Bitmain. Bitmain, wie ihr wisst, einer meiner, ich sage mal, spannendsten Firmen, über welche ich hier spreche im Podcast und auch im Video. Und Bitmain plant ja, an die Börse zu gehen. Wir haben gesagt, letztes Jahr, beziehungsweise geplant für dieses Jahr, ich glaube, im einstelligen Milliardenbereich im Profit Bitmain. Und diese Woche kamen Gerüchte darauf, dass Konglomerat Softbank, ein japanisches Multikonglomerat, und der chinesische Tech-Gigant Tencent in Bitmain investiert haben, bevor sie nun an die Börse gegangen sind. Es ist aber neu ausgekommen, dass das eben nicht stimmt. Tencent und Softbank haben beide Statements herausgegeben, dass dies eben nicht stimmt und dass sie nicht investiert haben. Das kann natürlich eben Fake News, dies, das kann durchaus positiv wie auch negativ jetzt wirken auf den Bitmain IPO. Es gibt hier auch einige Gerüchte, die sagen, hey, wieso hat Bitmain Q2 bzw. Q3-Resultate noch nicht herausgegeben? Q1-Resultate sahen natürlich super aus, weil die konnten nach dem ganzen Aufschwung vom Winter mitnehmen. Q2 und Q3, sagt jetzt zum Beispiel hier der Chief Strategy Officer von Blockstream, sah eben wie ein Desaster aus. Man sagt eben, die S9-Schürfer, also die Main-Geräte, die eben Bitmains Hauptbusiness-Teil sind, die haben eben Preisverluste von 85% gemacht, die koppeln ja, Bitmain koppelt die S9-Preise eben an den Bitcoin-Preis und wenn der Bitcoin-Preis fällt, dann müssen sie auch entsprechende Rabatte gewähren und man munkelt eben, dass die Q2-Verluste zwischen 600 und 700 Millionen US-Dollar sind. Das ist für eine, ich sag mal, etablierte Firma ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn man an der Börse ist, dann wird das ganz, ganz krasse Einfluss, einen ganz krassen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Jetzt in diesem Fall hat es natürlich noch keinen Einfluss, aber natürlich hinter den Kulissen sind jetzt natürlich die Verhandlungen am Laufen und wenn man natürlich solche Zahlen zeigt, dann werden die Investoren vielleicht auch abschrecken. Es kann also durchaus sein, dass Softbank und Tencent die Zahlen gesehen haben und gesagt haben, hey, fassen wir nicht an, lieber nicht, das ist einfach zu gefährlich für uns. Wie das Ganze weitergeht, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen tiefere Folge über Bitmain machen und das ganze Business-Modell auch ein bisschen anschauen. Momentan gibt es immer noch kein konkretes Datum für den Börsengang. Meine Vermutung, entweder Q4 oder sehr wahrscheinlich 2019. Man wird das Ganze aufschieben, ganz einfach, weil die Zahlen nicht gut aussehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Man will grundsätzlich eigentlich nicht mit negativen Zahlen an die Börse gehen. Kann man auch so ein bisschen, ich sag mal, bei Snapchat und Twitter beobachten. Beide Firmen sind an die Börse gegangen, obwohl die Zahlen nicht so gut ausgesehen haben. Und konnten das ganze Business noch nicht richtig drehen, obwohl Twitter jetzt schon ein bisschen gesünder dasteht, als zum Beispiel Snapchat, das eigentlich von links und rechts von unter anderem Facebook angegriffen wird. Das könnte natürlich bei Bitmain auch eine Hauptsorge sein. Man will natürlich nach so einem phänomenalen Jahr wie 2017 nicht mit schlechteren Zahlen an die Börse gehen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, schauen uns auch den ganzen Börsengang im Detail an. Aber bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns am Donnerstag wieder, beziehungsweise vielleicht Freitagmorgen, je nachdem, wenn ihr einschaltet. Hoffentlich mit positiven Nachrichten von der Börsenkommission. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann.